so funk geht ein ja super dann müssen sie ja da sein konvoi voraus 0 grad perfekt auf seerautiefe auf seerautiefe so verstanden und das ist irgendjemand am funk der nicht funken kann ohne fluten was tust du die haben oben noch nicht mal die luke zu schneller gehen luke ist dicht elektromaschinen halbe fahrt voraus ein zerstörer und dicken fisch habe ich gesehen habe ich auch gesehen den zerstörer langsame fahrt langsame fahrt voraus der conti kannst du mal bitte kurz horchen die flower bei 325 kommt auf uns zu kriegen ja alles klar beide seerohre runter gleich fahrt an auf 50 meter tiefe auf 50 meter suche stunden gleich fahrt voraus 320 325 ungefähr kommt das bing her ja ja 325 relativ mit dem wir sind auf schleichfahrt ein geänder funk verstanden stop ja der rest wird nicht mehr ankommen tschüss funke wird also angehende nachricht ja wir greifen jetzt an ok so verstanden wir zielen auf den zerstörer ok ich wechsle zum rechner tiefe ein meter tiefe ein meter entfernung und korrigiere ich noch 20 ist der hoch jawohl entfernung 24 24 steht geschwindigkeit fünf knoten geschwindigkeit fünf knoten steht engel und bau 90 rechts kann sich rechts steht vor 1 1 ist angewählt angriff seerohr so verstanden ende wo 1 los zwei minuten 32 allem wasser so anderes seerohr einfahren erst mal niedrig machen das fahren wir gleich wieder aus wenn es da verkommt aber erst mal silhouette klein halten wo 1 ist wieder geladen ja perfekt erster treffer auch die sind auf der anderen seite des konvois deutliches pingel ach wirklich schleichfahrt zwei zweiter torpedos einschlag 2 15 bei meiner meister torpedotreffer der anderen auf den tanker 2 25 zerstörer kurft auf uns 15 meter beziehungsweise 13 meter seit vor zweit sind 2 40 ich habe ja 15 sekunden später angefangen mit stoppen ungefähr runter 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 hat vielleicht noch einer von unseren getroffen bis jetzt noch nicht glaube ich nicht obwohl zeit würde beim zweiten jahr passen torpedotreffer dritter die flauen kopf direkt vor uns ich weiß ich sehe es ich gehe mal wieder an den ingriffsrechner fahr mal einer bitte das beobachtungsrohr ein jawoll 45 links 45 links entfernung 8 entfernung 8 wird langsam lauter und dann dreht jetzt auf uns ein und dann dreht jetzt auf uns ein in meinem engel und baum 0 und baum 0 Pings kommen schnell hin oder noch? Mal im Wasser Zeit? Wie lange sagt er? 40 Sekunden B, A, K und runter 100 Meter 100 Meter? 100 Meter Verstanden 20 Grad Steuerrohr Steuern Oh Ist das ein Schlag? Ja, Treffer Dann wieder auf Seerrohrtiefe Auf Seerrohrtiefe, so verstanden Also ja, kurz zu genügen Langsamer Fahrt voraus Jawoll Ganz traurig, Ping Arm als der Stöber Schieß nochmal Hat sich halt mit dem falschen Boot angelegt So sagt Bescheid, wenn wir auf Seerrohr sind Ja, saubere Arbeit Tja Okay Den da würde ich gerne nehmen Der präsentiert sich gerade so und die 6K mitnehmen Tja Ja So, engeren Bowne 90 rechts Geschwindigkeit 8 Knoten Tiefe 2 Meter Entfernung Was haben wir denn da? Ja 14 Ach 15 15 So, Engel und Bau sind jetzt 100 rechts Engel und Bau 100 rechts Ja Steht Gut Auf anderes Seerrohr Ist Rohr 2 Rohr 1 ist geladen Okay Dann Rohr 1 los Zeit? 1,40 1,40 Stoppe Oh Okay Ja Ja Das war mal Sehr vergleich Das nehmen wir aber auch noch raus, oder? Bietet sich ja gerade an Ich sehe auch keinen 2,40 Relativ Ach da Volltreffer Das war unsere Jawoll Ja So, wir können es noch Langsame Fahrt Liegt tot im Wasser, säuft sofort ab Schleichfahrt an Schleichfahrt belegen Könnten auch einen Schuss riskieren auf den Auf den Zerstörer Ja Ja Ich denke Ja, dann können wir ja mal eine Demokratie an den Tag legen Was sagt ihr? Ich erhalte mich nicht, ich will morgen Ja Ja Ich will natürlich aufhören Okay Gut, dann machen wir Feierabend und machen eine neue Das können wir ja machen Immer noch was Wurken die denn da durch? Ach komm Oh nein, ich spart nur die Puppe Ah, okay, wir haben irgendeinen aus Versehen auch weggeknallt Ne? Ah, wir haben einen aus Versehen auch weggeknallt Ne, den einen Frachter nicht mehr bestanden Das Screechip Das brauchst du nicht? Ach ja, stimmt, der Frachter war geplant Richtig Ja, okay Richtig, cool Ja